Papa nimmt dich bestimmt bald mit hin, Alice. Also, es wird langsam schon richtig langweilig. So langsam ist das. Äh, und die Dinger will ich zerhauen, weil es da Zähne drin gibt. Wofür ich auch immer die Zähne brauche, aber ich brauche sie bestimmt. Gab es im letzten Teil von Alice auch, äh, irgendein, äh, ist immer voll der Blutfleck. Und da sind wir vorhin runtergefallen. Aus Prinzip, weil, keine Ahnung. Ich war einfach, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Wenn die Rutsche hier so lang geht, ist man darunter, aha, das war einfach mein Fehler. Einigen wir uns darauf. Yay, und Schmetterlinge sind bei uns. Was kann ich denn hier sehen? Oh, hi. Du siehst, äh, naja, tot aus, würde ich mal sagen. Hi, Grimsekanser, erzähl uns was. Die Warpalklinge ist flink und scharf und stets zu diensten. Oh. What? Die schwebt, die weiß eben schon, dass... Ich bin nicht hierhin zurückgekommen, um zu kämpfen. Wirklich bedauert. Ein Kampf erwartet dich sicher. Mit wem? Mit was? Yay, secret. Nein, das ist eigentlich kein Secret, aber... Wow, wir haben unser Riesenmesser gefunden. Ja, in Ordnung. Was... Lässt... Zerschniffer... Schnück... Ne, macht... Zerschniffer, Schnück... Lässt sie tot zurück. Ach, das soll so ein Werbeslogan sein. Verstehe. Wow, wir haben unsere erste Waffe... Zu wissen. Ähm... Für Einzelziele im Nahkampf den schnellsten Schaden zu... Alles klar, Einzelziele... Nahkampf... Am schnellsten der Schaden. Linke Maustaste. Nah, 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 nah. Yay. Wow, yay. Wow, sieht das gut aus. Was? Was war das? Wow, ich kann mich auch rollen. Wow. Ist ja cool. Bam. Was zum Geier passiert hier? Warum blutet Alice? Und das noch... Ein Gegenstand, den ich gerne haben will. Fliehen oder kämpfen? Ständig müssen wir uns entscheiden. Aber fliehen bedeutet oft nur, das Kämpfen aufzuschieben. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst, Alice. Ja, gut. Also sollen wir jetzt doch kämpfen und nicht... Einen auf... Yay, wir fliehen einfach mal. Ja, da ist nichts mehr. In Ordnung, wir machen hier alles kaputt erstmal. Ich bin dafür. Alles kaputt. Bam. Wow, was war das? Ach, das ist Leben wahrscheinlich. Vermute ich mal, das ist unsere Lebensanzeige. Ja, also wir haben einmal die Lebensanzeige, einmal die Sterne und das hier ist blutig. Das gefällt mir nicht. Ach, ihr seid böse Pilzer. Und so eine Menge Leben gibt es hier irgendwie gerade. Und lasst mich hier durch. Lasst mich durch. Na. Alles gerade im Agro-Modus. Ob es hier mal wieder so eine Art Rage-Trank gibt? Mit Sicherheit. Was kommt denn hier auf uns zu? Irgendwas Dunkles, Ekliges. Schleichender Zerfall. Hallo, Schleichender Zerfall. Festgestellt hast du es. Oh, oh, das ist cool. Wow. Und jetzt. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam. Du bist weg. Oh, das ist, das ist, wow. Ausweichen. Linke Umschalttaste. Wow. Es liegt eklig und böse. Alles vereint in einem Monster. Bam, bam, bam. Bam. Geh weg. Wow. Yay, wow. Also. Wow. Wow. Jetzt kommt vielleicht noch andere Flagen aus. Wow. Die Kampf-Szenarien. Wow. Das ist ja komplett alles überarbeitet. Und jetzt weiß ich wenigstens, was das ist. Im Springen kann ich das auch. Wow. Oh. Wow, ey. Darauf muss ich erst mal klarkommen. Wow, ey. Schaut mal. Zieht mir das irgendwas ab? Nee. Aber. Oh. Aha. Hier, ich kann jederzeit jetzt in diesen Kampf-Modus rein splitten. Wow. Das sieht cool aus. Ey. Ja. Also. Ja, ich bin gerade ein bisschen. Wow. Ich bin beeindruckt. Wie sie das Spiel aufgemacht haben. Wow. Eine Brille. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unsteht. Er ist Sklave seiner Erinnerung. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Okay. Ja. Wir sind dabei. Na. Na. Diese Blume ist unproduktiv. Na gut. Okay. Sie produziert hier Chlorophyll. Sorgt dafür. Was zum Geier? Ach so. Ich wollte gerade fragen. Was zum Geier ist das? Mann. Lass mich doch hier einfach mal hoch. Moment. Ich guck mal kurz. Ey. Alice. Alice. So. Perfekt. Perfektomundo. Wow. Diese Schmetterlinge. Ich find's unglaublich. Egal. Ich darf nicht so viel. Ich muss springen. Oh mein Gott. Drücke und halte Leertaste, während du springst, um Alice schweben zu lassen. Das haben wir ja mittlerweile schon rausgefunden. Ja. Wir möchten weiter. Seite 2. Um das Schweben zu verlängern, drückst und hältst du Leertaste erneut während des Sprungs. Aha. Also ich drücke die Leertaste. Dann springe ich. Dann drücke ich die Leertaste oder halte sie gedrückt. Dann schwebe ich. Dann drücke ich sie nochmal. Aha. Alles klar, hab ich verstanden. Okay. Ich messe euch alle weg. Wow. Und ich mag diesen Sound. Und also. Bam. Und schweben. Und jawohl. Schweben kann ich Sprung mehrfach eingesetzt. Was? Ich muss da jetzt rum. Oh. Nein, muss ich nicht. Ich muss da nur rüber. Ist hier noch irgendwas? Nein. 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 Sieht nicht so aus. Okay. Dann fliegen wir mal hier rüber. Yay. 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 Ich hol mir gleich erstmal diesen blöden Zahn noch. Ach Gott. Ich bin kaputt. Hab ich den Zahn jetzt wenigstens? Hab ich den Zahn? Ja, ich hab den Zahn. Happy Birthday. Wer hat Geburtstag? Niemand hat Geburtstag. Wir schweben hier rüber. Eine neue... Was? Das ist keine Erinnerung. Okay. Wir sammeln die Flasche ein. Eine Flasche. Für. Nichts. Aha. Oh. Das war jetzt riskant. Aber das hat geklappt. So langsam komm ich damit klar. Und wir machen alles kaputt. Wie immer. Wow. Was sieht hier sch... Boah. Wollen denn jetzt... Was Vogelschwitschern auch noch? Mann. Oh Gott. Oh Gott. Ist das cool. Ich muss mich auch wieder einkriegen. Wir schweben hier mal runter. Hallo. Hier ist Alice. Was geht? Ach. Du bist es Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun. Du hast mir Manieren beigebracht. Ich hab keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser. Findest du nicht? Natürlich findest du das. Also. Es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Hausten. Ausgehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffre ihn was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein. Zu meinem sowieso nicht. Aha, das ist also die schwarze Königin, die uns eigentlich aufessen wollte im ersten Teil. Bis jetzt aber nicht mehr tut, weil sie gibt die Pfeffermühle. Pfeffermühle verleiht Feindenwürze. Rüsselpikant im Nu. Alles klar. Ihrer Herzogin. Soeben erhalten. Wow. Ferkel Edition? Gibt es da noch andere Editions? Ist man nur so eine Anregung. So. Dann wollen wir mal. Und was ist das hier? Eine kleine Tür. Machst du die mir auch noch auf? Hi. Ich werde mal klein. Steht hier noch irgendwas? Nee. So, Pfeffermühle. Pfeffermühle. Wo ist die Pfeffermühle? Leertaster. Nein, wir drücken jetzt nicht Leertaster. Öff. Schraubbälle. Anvisieren. Anvisieren. Was, was, was? Pfeffermühle. Wie drehe ich denn jetzt die Pfeffermühle aus? Ah. Na. Au. Mann, jetzt ist mir hier langer genug. Ich mag euch nicht. So, ich muss mal wieder in den coolen Kampfen losgehen. Wie war das linke Feststell-Taste? Rechte Maus und Pfeffermühle abzuwälen. Oh. What the fuck? Was geht hier ab? Hi. Geh mir aus dem Weg. Du blockierst mich nur. Ich kann gerade nicht mehr weiterschießen. Ah so. Tab. Tab. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, äh. Ja, ich muss immer nur mit der Pfeffermühle schießen. So, hab ich jetzt hier irgendwo noch einen Gegner? Tab, tab, tab. Das doofe ist, in dem Kampfmodus kann ich, was, zum... Eigentlich würde ich gerne... Ah, so kann ich das. Gehst du weg. Lass mich mal kurz in Ruhe. Komm her. Komm her. Mann ey. Langsam ist hier genug. Hau ab. Piss dich ey. Stumm. Aha, jetzt kann ich das langsamer. Ach was? Ich darf den nicht überreizen. Weil wenn ich ihn überreize, dann ist er rot und dann ballert er nicht mehr. So. Wer will noch was? Das ist alles irgendwie so voll elektronisch. Das finde ich etwas... Naja, eigentlich gerade hier will ich doch noch gar nicht lang. Was zum Gehäher war das? Wo ist es? Oh Gott. Geh weg. Geh zu weg. Geh zu weg. Ich muss noch was wechseln. Nein. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Du hau auch ab. Gewöhnen. Ausweichen und... Och. Das ist alles noch nicht so mein Ding. Aber ich verspreche euch, im Laufe des Spiels kriege ich das auch noch raus. Und ja... Da ich immer noch nicht speichern kann, würde ich mal sagen... Ich...